Von der Sohle bis zur Schnürung. Sicherheitsschuhe made in Lutherstadt-Eisleben. Die EWS, die Schuhfabrik EK, fertigt Sicherheitsschuhe für Feuerwehren, Rettungsdienste, Forst- und Tiefkühlbetriebe sowie die Industrie, vor allem für Heißbereiche in Aluminium- oder Stahlwerken und Gießereien. Das Unternehmen hat sich im gesamten Bundesgebiet innerhalb der letzten Jahre etablieren können, gilt mittlerweile innerhalb Deutschlands als Nummer 2 der Branche und gehört zu den Top 5 in Europa im Segment Feuerwehrstiefel. Die hohe Innovationskraft wird durch stetige Neuentwicklungen untermauert. Jährlich werden drei bis fünf neue Produkte auf den Markt gebracht. Als erstes Unternehmen stellt die EWS den vollzertifizierten Feuerwehrschuh EWS Pinkfire zur Verfügung, der als Rekrutierungsstiefel für Frauen gilt und deutschlandweit bekannt ist. Eine jährliche Überprüfung inklusive Zertifizierung der Normkonformität aller EWS-Sicherheitsschuhe findet durch den TÜV Rheinland statt. Die hohe Flexibilität und das große Know-how schätzen mittlerweile mehr als 1000 Kunden in Deutschland und Europa, die auf rund 300 verschiedene Produktvarianten zurückgreifen können. Regionale Vereine und Institutionen, das Kinderheim Hackerrode, verschiedene Schulen und Kindergarten sowie die Eislebender Tafel werden fortlaufend finanziell unterstützt.